Dein Kopf sieht so groß aus neben mir. Volle Riesenrübe. Donny, geh mal weiter. Degi, bist du bereit? Also, wenn ich buchen will, lass einfach einen Kommentar da. Du hast mich 5 Kilo jetzt da drauf geschmiert. Das ist dein erstes Mal. Scheint komisch, oder? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nicht mit Soraya, nicht mit Elana, sondern mit Donny. Ja, ich habe es geschafft, ihn zu zwingen. Ich habe ihn geschlagen, mehrere Monate lang, bis er jetzt gesagt hat, okay Schatz, ich drehe mit dir. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, was wir so für tolle Videos abdrehen könnten und gewonnen hat, dass Danny mich schminken soll. Und deswegen sitzen wir jetzt hier und drehen das Video für euch ab. Kann ich auch mal sagen? Ja, also du wusstest, natürlich darfst du reden. Ja, gut, okay, gleich. Ja, also du kannst dich aktiv... Ich darf mich frei abschalten. Okay, okay, klar. Aber bitte quatsch mir nicht dazwischen. Also ich habe jetzt hier meine ganzen Schminksachen. Und zwar sieht das alles einfach nur so da reingeschmissen aus. So schminke ich mich jeden Tag, aber die Mädels kennen das bestimmt alle. Hier meine Paletten. Ich werde Danny nicht verraten, was wofür gebraucht wird. Er muss selbstständig die passende Palette mit den passenden Pinseln sich raussuchen und mich dann schminken. Hast du dir schon so die Farben rausgesucht? Also weißt du schon, was du schminken möchtest? Kein Plan, überhaupt nicht. Ich habe keinen Plan. Ich meine, das Gute ist, ich habe jetzt gemachte Wimpern. Das heißt, du musst auf jeden Fall meine Wimpern nicht tuschen. Aber es ist auch gut. Ich trage nämlich Kontaktdünsen und ich kenne dich. Du hättest mir bestimmt dein Auge ausgestochen. Dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal an. Das Gute ist, ich bin immer sehr minimalistisch, deswegen brauche ich gar nicht so viel. Nee, nee, nee. Heute, das muss schon so richtig so Hochzeitsmake-up sein. Also komme jetzt nicht an mit Alltagsmake-up. Nee, nee. So einfach kommst du nicht davon. Bitte pass auf, das ist lose da drin. Nee, weiß brauchen wir nicht. Das ist kein Koks. Also wir brauchen auf jeden Fall diesen Popel hier. Das war alles. Das ist doch. Das kann doch nichts werden mit uns beiden. Jetzt hör auf zu nörgeln. Ich brech das sonst hier ab. Ja, für was möchtest du das denn verwenden? Äh, für, äh, du weißt schon. Ich brauche Make-up. Make-up ist das richtige Wort. Du weißt aber, ich benutze kein flüssig Make-up. Ja, ich weiß, dass du benutzt ihn. Deswegen, also ich, ja okay, komm, das ist gemein. Ich helfe dir mal ein wenig. Ich benutze das nicht für mein Make-up, Schatz. Das hier nicht? Nein, sondern für was anderes. Für Concealer. Ich benutze ja kein flüssig Make-up. Okay, Concealer. Gute Frau, was ja Concealer ist. Aber ich sag einfach mal ja. Danny ist gerade richtig lost in space. Also. Ich hab's gefunden. Schatz, mach jetzt. Jetzt mach noch. Okay. Den Schnäuze auch wegmachen. Das muss man ordentlich verblenden, auch zum Hals runter. Bei den meisten Frauen sieht das nämlich nicht immer ganz so gut aus. Er macht eine richtige Doktorarbeit da draus. Mach ich das auch so mit Liebe genug? Ja, voll gut. Jetzt muss ich noch die Augen machen, finde ich. Ja? Ja, jetzt brauch ich diesen schwarzen Stift für die Augen. Kajal meinst du? Ja, genau, diesen Stift. Das sieht stark danach aus. Oh Gott, das kann was werden. Aber pass auf, wegen meinen Wimpern. Das ist ein künstlicher Wimpern. Du kannst doch nicht einfach so, ne? Also ganz vorsichtig, Schatz. Du machst das schon, ich glaub an dich. Wo kommt der denn drauf eigentlich? Der kommt doch hier. Kommt der nicht hier drauf? Ja, auch. Aber du willst mir das jetzt, das, nee. Also du willst mir das jetzt in die Wasser gehen hier? Traust du dir das zu, jetzt da drauf zu malen? Komm, ich hab ein ganz ruhiges Händchen. Okay, mach. Oh, mein Gott, wie soll ich das? Ja, eigentlich tu ich mir das nie drauf. Wie kommst du das? Ich tu mir das nie da drauf. Okay, danke, Schatz, das reicht. Okay, das ist super. Klasse, klasse. Klasse, das ist richtig gut. Okay, soll man was drauf? Machen wir jetzt noch die Augenbrauen? Danke, die sind eigentlich mit Mikrobläden. Ja, die machen wir jetzt ein bisschen bisschen. Was nimmt man denn dafür? Das ist es. Okay, wenn du meinst, dann... Das malt gar nicht zu speckig die Haut. Also kann man nicht... Das macht ihr wohl. Ist denn jetzt hier das? Und außerdem, du hast jetzt gerade Eyeliner genommen für meine Augenbrauen. Ach, das war das, die mit diesen Spitzen, was man macht, ne? Ja, genau. Ich glaube, das zauber ich dir auch noch schnell hin. Ja, dann. Ja, und warte, aber erst mal noch in die Augenbrauen. Genau. Ist es das? Ja. Ach, ist rein die Farbe. Ja, die sagt mir auch zu. Genau, die wird es sein. Okay, Schatz. Ich mache die berühmte Strichentechnik, ne? Damit das auch wie Haare aussieht, ne? Vor euch Kenner. Ja, du sollst mir jetzt keine hier Ernie und Bert aufmachen, ja? Vielleicht hast du deine neue Berufung gefunden, Schatz. Ja, ich erwartest, ne? Guck mal, wie schön du schon so deine Finger spreizt. So schlecht sieht das so aus. Ist das... Aber ich glaube, das Ding ist hier nochmal für die Haare so ein bisschen zum Bürsten, ne? Für welche Haare denn? Die hier für die Augenbrauen. Jetzt musst du mir der Gerät nehmen. Nix. Von nix. Oh, hast du sogar richtig ausgesprochen. Nix. 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 Wir nehmen nix. Weil ist nix mehr drin, ne? Oh Gott. Okay. Scheiße. Fällt man nochmal oben oder unten? Das weiß ich nicht. Pass bitte auf meine Wimpern auf. Pssst. Ich hätte mal lieber von da an. Fange da rein. Nie lachen, Mensch. Ich war so was voll. Lass mich mal machen hier. Soll ich mal ein Dreieck hier? Irgendwie so ein cooles... Ja, ja. Kleopas hast du einen. Wer? Kleopas? Kleopas? Ja, guck mal. Klasse, wie sie mir ich hin da... Siehst du... Weißt du, wie das aussieht? Wie in Mexiko die Leute, die hier diese Tränen haben. Also es muss schon gleich sein, ne? Links und rechts. Ja, ja. Ich möchte ja schon... Was hast du jetzt mit Donauwählen? Nein, nein, ich will da nicht verraten. Lass dich doch mal überraschen. Andere Seite. Das andere ist hier agraubig. Das ist... Das kann sich sehen lassen. Mhm. Wow. Boah, heftig, Danny. Krass. Hast dich richtig ausgetrunken. BH Cosmetics. BH Cosmetics. BH Cosmetics. Was nehmen wir denn da? Ach, wir nehmen einfach mal den hier. Das wird schon passen. Danny, du willst doch Lidschatten auftragen, Schatz, ne? Und du willst diesen Pinsel für Lidschatten? Ja, das sieht doch schon besser aus. Ja, wir wollen das ja für das Augenlid, ne? Ja, was willst du für eine tolle Farbe denn nehmen? Na, lass doch mal versuchen die. Ich will doch zeigen, welche Fliege. Jetzt zick doch nicht hier rum, dass es meinen kann. Ich schmink dich aber. Deswegen suche ich mir jetzt hier eine Farbe aus. Dann nehmen wir mal Gamma Ray. Ist doch richtig klasse, ne? Guckt ihr, das ist Gamma Ray. Ja, ist ein schönes, knalliges, metalliges Lila. Oh Gott. Danny, das ist sehr pigmentiert, ne? Also, du bist nicht so. Okay, okay, sorry. Das erinnert mich an dich früher, Schatz. Ich kann mich noch mal an das Foto mit Soraya erinnern, wo ihr im Club seid, wo ihr beide so ein Papageister hinfällt. Oh, und so? Ja, so ist gut. Ich muss das hier noch verblenden. Das ist aber ganz schön glütschig. Was habe ich? Glütschig? Glütschig auch noch ein bisschen. Glütschig? Du willst verblenden mit deinem Finger? Geht ganz sehr, komm, ich mach das schon. Ist wie beim Zeichnen fast, so ähnlich. Und ich dachte schon, wieso ist der Pinsel so nass. Ich bin ein bisschen nervös, ne? Kannst du mal die Augen wieder einmal schließen für mich? Was ist denn für mich? Ich muss so lachen, ich muss mich konzentrieren. Oh, wir müssen die Augen ordnen, ich glaube schon hier oben, das wird... Oh, Danny! Ja, wir müssen uns mal was Neues trauen, mal neue Trends setzen, würde ich überhaupt nicht. So, jetzt würde ich noch ein bisschen... Contouring? Ja, genau. Das ist idiotensicher, weil da ist nämlich ein... Kann man nicht sehen, ne? Aber da ist ein Bildchen drin. Deswegen weiß ich ganz genau, wofür das ist. Nein, bitte nicht. Okay, so war ich kaputt, jetzt muss ich mir ein bisschen helfen. Ja, komm. Du kannst das hier nehmen oder das hier. Ja, der sieht doch gut aus. Dann gehen wir das hier nochmal. Steht drauf, okay. So, mit dem Bronzer muss ich nachmachen. Der kommt hier drüber. Und hier war so ein Dreieck. Ich habe einfach alles mal nach, was da so ist. Ich hatte aber die Nase vergessen, warte mal ganz kurz, da brauche ich nochmal den Contour. Und ich muss ein bisschen hier auf die Nase machen, damit das auch richtig schön schmal wirkt. Jetzt muss das verblendet werden, ne? Der Kaninchen-Schwanz? Au! Sag mal! Also irgendwie sieht das ziemlich geil aus, muss ich sagen. Voll gut, ne? Da bin ich auf das kleine Schädelchen hier gestoßen. Das ist hier irgendwie nochmal, macht ihr das hier so, glaube ich. Damit ihr so schöne rote Bäckchen kriegen, ne? Ich benutze das einfach mal. Das kann nicht schaden. Oh, genau, bei den richtigen Pinseln gegriffen. Ich hätte es ja auch nicht schaden, ich glaube, das ist ja... Oh, hei! Ich glaube, ihr schuldet auch rum. Auf die Lippen. Genau, wir nehmen mal Knallerot von Nyx. Also nehmen wir hier was Schönes. Ja. Hm, das kitzelt! Mann, wie soll das denn das scheiße aus? Was kitzelt! Ich bin richtig konzentriert, ne? Ja, das muss ja auch halbwegs gut aussehen. Wir konzentrieren, ich habe versuchen, eine Rotzen. Die ganze Packung für ein paar Lippen. Schlauchdinger hier. Komm schon! Jetzt hör mal auf. Ah, das sind irgendwie immer größer, habe ich das Gefühl. Okay. Was ist diese Ecke da oben? Ja, aber du hast gezuckt deswegen. Ja, immer bin ich schuld. Also ich bin ehrlich, ich hätte es mir wirklich schlimmer vorgestellt. Ja. Also, komm, jetzt sei ehrlich, ja. Also so kann ich auf jeden Fall raus auf die Straße. Nichts. Das hier ist das Beste überhaupt. Ja, aber du hast mir gezuckt, du hast mir nicht vertraut bei den Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ihr Lieben, auf jeden Fall war das unser Video. Wir hoffen natürlich, dass ihr Spaß hattet. Und gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ich mit Donnie jetzt öfters meine Challenge abdrehen soll. Ansonsten würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss! Bye, bye!